So meine Lieben, ich bin jetzt am Balkon, ich zeige euch schnell die Aussicht, den Berg. Heute jetzt ein bisschen Dunst, man sieht hinten fast gar nichts mehr, es ist wie so ein Nebel. Und das ist das Taurusgebirge, das streckt sich bis weit hinter und eine sehr schöne Gegend. Schaut euch mal an, wie das ausschaut, einfach herrlich. Das sind die Bananenplantagen. Nur Bananen, 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 Bananen. Hier sieht man welche. Und die schmecken sehr, sehr süß und sind so klein. Also ich habe gehört, überall angeblich, wo hier Bananenplantagen wachsen, versuchen die nichts hinzustellen oder hinzubauen, weil die irgendwie auch in diesen Plantagen leben, die auch geschützt sind. Ob das jetzt so stimmt? Also gesagt wurde es mir. Aber wenigstens ist hier nicht alles zugebaut. Auf der Seite. Und hier zur Küste runter ist Haus an Haus. Und ich finde, da fehlen halt einfach noch ein paar Bäume. Einfach die Stadt kühler zu halten, weil die Blöcke, die heizen sich so auf, wenn man dann abends rumläuft. Das heizt so auf, das ist so warm und schwül. Das ist das einzige Negative, was mir so aufgefallen ist. Dass es einfach zu wenig Bäume zwischen den Häusern gibt. Die Projekte sind halt irgendwie durcheinander. Wenn hier viel mehr grün wäre, also ich meine jetzt hier unten auf der linken Seite nicht hier oben. Da oben passt alles. Ja und wir hoffen, dass die hier nicht alles zubauen. Hoffen wir es mal, weil sonst hört es nicht so toll aus. Aber hier wäre was für Wanderer und für Quadfahrer optimal. Da kann man schön oben rumfahren. Und diese Aussicht ist von oben super. Da kommt noch ein Video von mir. Demnächst. So. So schaut es aus am Tag. Einfach herrlich. Heute ist die Temperatur angenommen und ein bisschen weht, wie man sieht da unten. Und an den Bananen, die Mäumchen. Wir haben es auch zurecht gestützt, habe ich gesehen. Aber Temperatur mäßig, ja so 35 Grad. Permanent schwankt zwischen 35, 38. Dann geht es wieder auf 34. Abends so 22, 25. Aber schwül warm. So, soviel dazu. Danke euch. Und bleibt dran. Allí. Next. Moving. Queenise. Do things. Weitere. Vielen Dank.